Hallo, ich bin der Martin von Kipepeo Chlorific und mit eurer Hilfe bauen wir ein Küchengebäude an unserem neuen Partnerprojekt in Kenia, wo unser Teammitglied Vanessa selbst zur Schule gegangen ist. Die Grunde, dass die Kila-Learning-Primary-School eine neue Kuchen benötigt, ist, dass die Kila-Learning-Primary-School eine neue Küchengebäude ist, ist eine sehr temporäre Struktur von rustigen Iron-Shets, die von adverse Wäldern, wie sehr hohe Räume oder sehr starken Wind. Um diese Vision wahr werden zu lassen, haben wir aus vielen kleinen Zeichnungen der Schülerinnen der Kila-Learning-School unser Ciccone-Motiv zusammengestellt und auf unsere T-Shirts gedruckt. Auf diesen Zeichnungen sind Lebensmittel, Küchenutensilien und Gerichte aus Kenia zu sehen. Wie immer haben wir unsere Shirts vom Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertigen Kleidungsstück in Tansania und Kenia hergestellt. Ciccone-Ciccone-Seite Ihr könnt den Bau der Küche durch den Kauf unserer Ciccone-Shirts oder durch eine freie Spende an unsere Crowdfunding-Kampagne unterstützen. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation StarKids Kenia haben wir die Planung dieses Projekts bereits Anfang 2021 begonnen. Inzwischen liegen uns die Architektenpläne und die Baugenehmigung vor, sodass wir nach erfolgreicher Finanzierung umgehend mit dem Bau des Küchengebäudes beginnen können. Wie immer halten wir euch über die Fortschritte des Projekts, über unsere Newsletter und per Social Media auf dem Laufenden. Wir bedanken uns vielmals für eure Unterstützung. rotmätgläues co. 害 ist vier god prol parent Vielen Dank.